Hey, listen! Deswegen gehen wir jetzt auch hier den Weg weiter, um weiter hier gegen auszukundschaften, was uns die Welt noch so zu bieten hat, ne? Geh ne? Oh ne, nicht der Spacko wieder. War mit der Säge. Wo geht die Titanic noch? Was geht's denn da? Noch einer! Wo geht die Titanic? Ah, super. Der Pastor ist wieder hier mit seinem Buch. Bei meinem Glück halte ich jetzt wieder ein bisschen mehr damage aus als vorher, ne? Schon noch so richtig linke Mistfiecher. Wollt ihr eine auf die Rübe? So, der Commander hat's mitbekommen. Hi! Ach, die Wand hier, das ist Vernichtung. Ein... Komm! Bei. Großmachete. Oh, okay. Wie kann ich denn Macheten-Mann oder was? Oh, ich wollte jetzt gerade ernsthaft wieder da runter springen. Ich dachte, oh, da ist noch einer. Ich dachte, oh, da ist noch einer. Und der wird mir jetzt auch gleich richtig Freude machen, da der... Weiß nicht, was du bist. Typ-Vibe-Kerl. Okay. Ja, komm. Hohohoho. Hohohoho. Nee, danke. Bisschen naches, gut. Ja, egal. Herold-Zelm, Heroldsrüstung, Heroldshandschuhe, Heroldshose. Oh, cool. Neue Klamotten wieder. Neue Ritter. Ritter, Ritter-Sachen wieder. Ja. Ich aber nicht tragen werde. Und ich auch nicht anziehen werde. Weil mir gefällt jetzt dieses Design, das ich gerade hier trage. Und Henker, bin ich überhaupt hier? Nicht egal, ob ich jetzt so größtenteils wieder zurückkomme oder wie? Oder wie habe ich das jetzt hier? Ach, wir laufen einfach. Wir wandern. Denn wir wollen auch Sachen auskundschaften. Wer weiß, ob wir hier noch alles finden können, ne? Zum Beispiel ein neues Leuchtfeuer. Ja, schon wieder. Weil ich wieder nicht mehr kann. Je mehr Leuchtfeuer, desto besser. Ja, noch die anderen schönen Dinger hier. Aber ich dachte, schon werden. Abgrund. Und oder eine Höhle. Einfach nur hier. Wirkliche Grube. Eckige Grube. Oh. Schauen wir uns mal hier oben um. Ach du Scheiße. Ach, das ist einer von mir, der meine Klamotten trägt sich jetzt gar... Was? Du wirst mich auch jetzt die Bumsen, oder? Was? Du Vogel. Ich ziehe gleich mal Wurfmesser. Ja, geh doch mal sterben. Mein Gott fällt ja aus. Was? War schon langliches Geräusch. Oh. Die Klamotten kommen ja auch sehr schwer bekannt vor. So. War nicht aus dem ersten Teil. Klamotten. Alles klar. Hey, Junge. Alter. Bleib mal ruhig. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ja, mein Freund. Moment. Es ist auch gar keine Hülle, sehe ich gerade. Ach komm. Was hat er jetzt? Gibt's auch jetzt wohl nicht, oder? Ich kann auch damit werfen. Oh, das Spinnschild. Sehr gut. Effektiv gegen Giftangriffe. Wenn sie die Stats jetzt nicht verändert haben, ne? Können wir mal noch so... Mal andeuten. Na? Haben sie die? Immer noch gut. Moment. So. Schön, wie diese werden häufig von Willen bei Banditen wieder zum bieten. Hohen Schuss gegen Gift. Fertigkeit, Waffen, Fertigkeit. Ich muss noch mal in der rechten Hand. Dann mache ich das höchst. In der Fertigkeit der Waffen mit der rechten Hand. Äh. Okay. Aber, haben sie noch. Die Mace. Nur zum Teufel bin ich hier gelandet. Hier wieder. Auf jeden Fall große Runde. Ist doch nicht mehr ganz knuskbar, wa? Wenn du es doch nicht werfen, du sollst dringen. Ja, so halt. Und da unten. Alter. Diese Doppelhitze hier wieder. Nein, du sollst springen, du. Naja. Ist jetzt mal ne Sendepause. Da freue ich mich erstmal um diesen Vollpfosten nach oben. Ja, du bist gemeint. Einfach am Armbrust Aimbots hier. Ja. Das ist jetzt um einen. Zwei. Beim Fehler. Ja. Ich hasse es, wenn sie mich trotzdem noch treffen. Ich aus. Weiche! Äh! Ah! Stimmt, ich kann ja noch... Fährt mir jetzt gerade erst ein. Ich kann ja noch meine Estos sterben. Das mache ich später. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich will jetzt erstmal diesen blöden Geier da auf die Nuss geben. Und ich sehe, die bleiben perma-tot, die beiden. Ach, come on, ey! Sitz! 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 Der kommt! Oh. Dock, oder Nummer zwei. Dort. Schöne ich mir den anderen, Heini. Oh. Gibt nichts, ja. Ja, da wird's Woher hier? Entschuldigung Pyromanen? Ich sehe jetzt viel mit Feuer hier gerade Mösser, dankeschön Oh, der Estus Scherber, hör mal, ich krieg ja jetzt hier ordentlich Estus Scherber mir in den Arm gerückt Find ich gut Oh mein Fucking Gott Oh, ernsthaft Okay, gibt's den, aber da kommen wir auch tech wieder neue Okay Huch Okay Okay Oh 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 Der Typ, ich weiß nicht ob der mir ganz geheuer ist gerade. Ach guck mal hier, Stachelpeitsche. Wir sollten nicht öffnen, weil ich dann quatsch nicht quatsch den Mann. Hallöchen? Ja, ich hab... ... Welche Frau? Dann musst du ein Aktion. Du musst ... Ohohohohohoho... Du... Du wirst nicht wissen, wie lange ich schaue. Aber es ist okay? Wenn sie schon in der frischen Land von Ariandel leben, muss ich euch zeigen, dass ihr eine Flamme ist. Eine richtige Flamme, die die Brot schlägt. Wenn du wirklich Asch bist, dann muss das Feuer sein, das du siehst. Oh, danke. Danke. Day of Asch, never fail. Just a moment then. The painting of Ariandel. Well, rotting scrap of it that is. Go on. Take it. Touch it. Ich habe es im komischen Verdacht mit dem Gemälde. Ich habe es gewusst. Oh nein. Ich zeigte mich damals an die gemalte Welt von Aramis. Und dann, die Atchers waren auch. Ja, super. Aber so war es dir mo-vu-vu-vu hat mich wieder. Hey, payay. Ähm. Hm. Ah. 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 Du bist gerade gekommen? Wie sehr ungewöhnlich. Wie lange es das gewesen ist? Rejoice, mein neues Freund. Denn dies ist eine wahrhafte Hafen des Forlorens. Der kalt und gemützene Welt von Ariandel. Ruhig, geh allein. Find einen für dich selbst. Eine süßlich rotte Bede zu liegen. Ah, ja, natürlich. Du bist kein Exception. Wir haben alle gesehen, was terrible ist. Aber du bist sicher, jetzt. Lass es Ihre Schulden reduzieren. Ariandel wird ein guter Haus für dich machen. Also, gehen wir weiter. Find einen für dich selbst. Okay. Hm. Wo zum Teufel bin ich hier gerade landet. Wie vielleicht auszusehen? Keine Ahnung. Nur die Mächtigen dürfen passieren. Ha! 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 Das hab ich mir schon gedacht. Ich bin vermutlich hier zu diesem Segel landet. Deswegen packe ich jetzt das Ding hier nicht an. Weil ich nicht weiß, ob das so wie damals war mit der Gemaltwelt von Aramis. Wenn ich jetzt hier sterbe und dann nie wieder hier raus kann, dann endgültig verrecke oder so. Geht ja eigentlich. Oh, 30. Ja, okay. Okay. Ja, jetzt nicht die bekannten Reisenden. Wie geht's? Giftiger Edelstein. War. 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 War's a creepy boi, meh, ja. wir haben auch nicht was wir stehen er mann die gemalten welt übertritten ok für viel von meinem nächsten ab jetzt hier ich werde aber nicht hier rassen aber ich kann das dinge anzünden gar nicht an das terrasse da kann ich mich immer noch ganz zurück porten dem knochen ach du scheiße müssen wir bitte weiter danke jetzt muss ich kurz seinen kollegen noch zusammenhören ist ein toller pyromale seit ich glaube und stirbt und sterben habe ich gesagt so wo ich jetzt habe ich hinsetze und aus dem rast und nie wieder hier rauskomme wie damals mit der gewalt gemalten welt von rahm ist damals ich möchte kein risiko eingehen auch kann sogar leuchtvoller ist das er weiß ich dann hier kann dann kann ich aber ich gehe mal kurz wo ich jetzt war ja das ist der heini da dumme gedanken kommt mich hier oder wie so ein mäuschen bei der irgendwo wartet und mich dann erledigen will ich will dich aufwählen ich will jetzt nicht die überlastbarkeit noch ach come on jetzt ernsthaft es gibt fehlt mir noch 500 seelen euer fucking ach dieses spiel manchmal ne ich kann auch manchmal sogar viel in den hintertreten ui toll das war jetzt so was so ein toll kann ich direkt weg dann komplett nutzen das war jetzt ein scherz ey ach da fehlt noch 200 oh man ey ja auch manchmal so auf dem zeiger hier so jetzt reicht es aber so belastbarkeit ah es geht auch automatisch mit gott sei dank ey ich habe schon immer ich panik gehabt kondition auch dringend sehr viel ausdauer ach da komme ich erstmal ausdauer auf 20 und dann haue ich wieder ein bisschen auf leben rauf damit ich wieder da ein bisschen fortschritt habe oh hier oh die ist ganz weit das schneefeld sehe ich hier ganz links da komm kapelle der erläuterung äh wer fällt gerade ein die splitter die erste splitter ja komm äh ja du kannst mir ein paar nein äh verstärken ok noch eine noch eine dachte wir waren schon alle so zuweisen habe ich schon 10 stück äh mana nutze ich so selten und so sehr ich genug erstes dabei habe mensch andere hast du wieder die schmiedsteuer wieder erhöht äh äh mehr seid ihr heute meine so weise Ob die Fahrendsfeste war, glaube ich, da, wo ich die beiden Eierköpfe noch platt gemacht habe, da jetzt da letztens noch. Wenn hier weiterging. Na ja, der Giftort. Na, wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste ich, glaube ich, eine Burg sein, wo ich mich doch mit den beiden Knalltüten geprügelt habe. Kommt mal sicher, sagen wir mal nach, bevor ich hier sage, oh, war nicht so der Fall. Ne, doch, war hier. Hier war ich. Da ist der Eingang. Warum, wo lang hier? Oder wie sehe, habe ich das? Das wird auch, kurz mal, ist der auch mal weg. Was? Komm ich nicht hin. Mal diese geheimen Wege hier, die wir hinterher hinführen könnten. Nien, 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 nien. Nichtsdestotrotz. Ich würde trotzdem mal begrüßen, mal neue, ähm, wie heißt es, neue Scherben zu finden. Oder das heißt Scherben. Noch jetzt mehr als Scherben. So, hier war es richtig giftig. Das ist trotzdem Holzblut. Holzblut hört sich cool an. Ja, so. No, 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 no. Hatte man ja auch noch. den schneckenschlachter zerflederte stoffmaske jetzt noch mal warte ich lösche drei flammen öffnen das tor zum wolfs blut gehen wir stark von aus der mann nicht diese flache böse schnecke ach ich schmeiß mir noch frei wie ich damit sollte da rein ohne besondere flamme vielleicht sonst auge fallen wird die schnecke schneck 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 raus hier nicht schafft vergiftung zu kriegen noch nicht ich will keine kleinen titanin scherben rück mal die großen raus mal langsam hier wo ich mit dem kleinen Mist hier oh Gott er gibt ja auch so gut EP äh sehen wir nicht EP bye bye das ist jetzt siegt uah euch habe ich mich ja so gerne aufgefarmt da konnte ich mir ja so schön sälen holen da konnte ich ja meine ich mein ultragroß schwindet ich tragen konnte kiefernharz wir schneichen da weißt du ich habe schon gedacht hier der links ist ja wieder unterwegs hier der Zwiebelritter hier wer kann man wo noch ist das nur hier oder wie habe ich das jetzt trotzdem wo flüschte drei flammen ja was für flammen oh lol jetzt noch jetzt was ist das ganz schön okay lasst auch es ist das okay war hier wolfsdings ja jetzt ist schon mal cool einer hat haben die coole rüstung mit wolfler so das würde ich feiern das meine na gut dann gehen wir mal kerzen auspusten hier war ich hier hier ist einer da kann ich nicht ja ja war bist du jetzt super mario oder was ist los mit ihr glücker goomba hackstücke warte mal ich habe da um was im auge gerade auch sehr uncool voll mitten minuten feit es passiert hier wollen stark so zockt das ist richtig eklig dann wo kam ich kam von dir runter dadurch zu prügeln oh mein gott toll vergiftung ja kann ich jetzt nichts aneinander gute nacht ach hier habe ich mein großschweig gefunden stimmt ja geile scheiße und cool aber dass die stinker hier rumeiern befeift ich jetzt okay konnte tanzen nicht bekommen muss auch meine hp übrigens achten wegen der vergiftung habe ich jetzt nicht habe ich eben so unter ach du habe ich schon mal erwähnt hatte ich vergiftete süpfe sowas von teufel hasse aber ich hätte irgendwo jetzt kommst du ja noch nicht kommst du ja noch fest hier also immer raus hier gucken da drüben war ich noch nicht ich kicke ab jetzt bestimmt auch die rüsten gute rüstung verpasst bestimmt weil ich einfach so bindlings nach dem roter großschweig abgegrüßt bin was zum fuck ja super ich habe schon alles lebt aber was zum teufel heute darum warte mal habe ich ja viel weiter als sonst habe ich einen großen bogen gelaufen dann pupsen oder was alles ferkel kannst du dich auch noch so super im sonne bewegen guck mal kann ich die von hier aus hier treffen und zu mir nutzen oh shit ich glaube der macht der match das war bei mir ganz bösen gefühl du heidiges kann oder bist du ein hässlicher oh shit und ich hänge ja noch ach super fest ach ich hasse sowas Punkt wo du festhängst oh jesus kann ich ja wenigstens mal hier unten jetzt langlaufen ach wenn ich jetzt hier von der schnecke gekehrt werde heute dann habt ihr mich aber hier liegen dafür können wir uns jetzt mal hier unterwegs mal machen oh guck mal da hinten liegen auch noch so viele sachen die ich jetzt zum beispiel zwar jetzt vergessen hätte also lecker warum sich hier eine schrift was so ist die drei flammen wieder sorry bitte drei flammen da habe ich ja schon mal ok ok ich finde gut dass ich hier noch ein paar mit der moosklumpen mehr finde das ist richtig abfaktet wie du hier festhängen kannst ja heißen fleisch und pyromanische zauber hier auch nein nicht die auch noch hier ja der kommt direkt angeschissen ach jetzt bin ich an der oh man ey wie schnell geht denn das jetzt hier oh alter ich will gar nicht wissen sieht man das jetzt eigentlich wie ich jetzt hier auslogge ja super ich bin sowas von hoch kaputt wenn wir jetzt wie viel habe ich denn jetzt wieder auszulung von 30 ja super ich glaube immer 5 kann das mal sein mein gott das nervt sowas von würde ich gerne verrosteten ringen ach jetzt kommt der pisser wieder angesaußt ja piss dich geh weg geh weg ja komm doch mal hinterher jetzt willst du mich unbedingt verfluchen ne du oh jetzt bin ich auf gefilde ja jetzt jetzt rennst du weg weil du weißt was jetzt auf dich zukommt ne komm her das war auf jetzt 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 da bin ich da hochgegangen ach mein gott ausgeschneckt war lustig anzusehen wie sie so in asche verfallen hallo jetzt sind ich habe ich gesagt kommen hier rein aber ich glaube ich glaube jetzt kann ich jetzt zurück kann sein ja die läuft zurück schnecken ich mach dich zur schnee du so muss ich nächstes mal bei renderzeit wenn ich level auf ausdauer gehen dann wenn die zeit gekommen ist muss ich dann sagen kann ja ab jetzt gehe ich jetzt hier auf neben so kannst du nicht gehen weiter das ist echt eklig voll mit meiner ausdauer wie schnell die weg geht die durch der großschwert unter großschwert ach ne der kunibert kommt angesaußt ach ich habe vergessen dass ich noch auf pyromaner gestehen bin ach jetzt tretet dem ach durch den kick auch noch gestorben ach ich alter wie heftig die da sind geworden sind ne ach man ich möchte noch den part wenigstens werden mit abschließung von den drei feuer da will ich da sehen was da kommt blöder penner ja du ja und jetzt hast du nicht gerechnet wach du ich möchte ganz skele tor aber war nur er ja nicht noch einer bei den toten lego anern warte mal ach mein gott ja warte mal dann weiß ich ja wo ich herkam hier war ich doch doch wo bist du von mir du spacko alter ach ich hasse von er springt nur rum der springt einfach nur und ach komm ey was ist so aah 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 erinnere hast du da naja jetzt hängst du hier fest und wirst der grafen gifte wieder ach jetzt sterben eckhaften drecks schnecken mit sterben habe ich gesagt das ist belastend in dieses eckhafte loch hier hier wollte ich doch gar nicht hin hier war ich doch schon so was ich danke war ich hier oben schon obwohl das könnte jetzt abkürzung nehmen ja hier war ich schon warum ach da war ich ja nicht genug ausdauer hatte ich musste die ausdauer hochstecken dringend und dann noch mal mein leben hochpowern oder weiß ich schon mal was die nächsten ziele sind aber das ist richtig abartig so kann ich nicht weitermachen das ist ja wie bis zum leveln der will der will der will wird kraftig aber so wachs und saus das ist der nächste wort wo ich hier was mich doch hier aus sei dieses eklige wenn ich doch ausschalten ja jetzt weiß ich mal das erstes vielleicht geht die abhacken mein gott weiß ich glaube da hat ein titanin wieder meine güte wie ich das hasse ja es kommt kuni bärt wieder dazu nein ich sterbe jetzt nicht sumpf ist der schlimmste ort passen sind die habe ich auch immer gehasst egal welchen teil wenn ihr so etwas lebens zur hölle machen so es sind die großen ja da wo ich nämlich ja nicht vorbei schleichen kann so ich kann erst mein gott einfach nicht vorbei rollen kann rot da hinten auch nächstes feuer wo ich jetzt gerne die zinne überspringen möchte teils habe ich immer die befürchtung ich würde jetzt etwas übersehen deswegen lasse ich es sein diese beiden zu gehen hier und Heimatknochen ich muss gar nicht denken den super mario move zu machen sexy einer fehlt mir noch reichen nicht das sind ihr misst wie ich ja ich sehe kriege ich kopfschmerzen sofort ich habe sofort kopfschmerzen ohne scheiß weiß ja warum nein nein mach ich wollte diese vergiftung hier nimm es ist vergiftung hier oh gott da ist der große wieder der Onkel. Ja, er macht den Super Mario-Move jetzt. Komm her, du Heslort. Ach, jetzt hänge ich doch nicht hier fest an dieser... Oh mein Gott, raus aus der Wolke. Oh, muss ich den Weg überlegen. Da kommt man irgendwie hoch. Irgendwie. Der Weg hoch. Rollen, rollen, rollen. Ah, warte mal, wir können sich hier... Oh nein. Weg, hier, weg! Spreng! Oh, geh raus aus den... Nein, ich hab's nicht mehr beachtet. Ach Gott. Oh Mann, ey. Drecks, da geh ich... Verflucht. Ach, Mann. Ja, sei verflucht. Guck auf die Zeit gerade. Ich mach meinem nächsten Part in Ruhe weiter. Jetzt ist gerade... Ich krieg ja wirklich grad Kopfweh. Ich mach mich hier fertig gerade wieder. Boah, nee. Weg, ja. Also, bis zum nächsten Part. Bis, Denner. Hey, listen, listen!